Was ist Kehlkopfkrebs? Kehlkopfkrebs entsteht, wenn sich Tumore in der Voicebox, in den Mandeln oder im Rachen selbst entwickeln. Es kann verschiedene Risikofaktoren geben, darunter Rauchen, starkes Trinken und Kortabak. Die Kenntnis der verschiedenen Aspekte des Kehlkopfkrebses, von den Symptomen bis zur Behandlung, kann zum Verständnis der Erkrankung beitragen. Einer der Bereiche, die von Halskrebs betroffen sind, ist die Sprachbox, die die Stimmbänder enthält und aus Knorpel besteht. Die Manteln, die sich im hinteren Bereich des Halses befinden, können auch von Mandelkrebs, einer Form von Halskrebs, betroffen sein. Der letzte Bereich, der betroffen sein kann, ist der Hals selbst. Dies ist ein Muskel, der 5 Zoll lang ist und sich von der Nase bis zum Halsende erstreckt. Es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die das Risiko erhöhen, an Kehlkopfkrebs zu erkranken. Die Verwendung von Substanzen wie Kortabak und Rauchen sowie starkes Trinken können nur einige der Risikofaktoren sein. Andere umfassen, Asbest ausgesetzt zu sein, keine gute Zahnhygiene zu praktizieren und ein humanes Papillomavirus, auch als humanes Papillomavirus bekannt, zu haben. Um Risikofaktoren auszuschalten oder stark zu reduzieren, kann es vorteilhaft sein, das Kauen von Tabak und das Rauchen aufzugeben und die Alkoholaufnahme stark zu reduzieren. Es kann auch helfen, eine bessere Zahnhygiene zu entwickeln und regelmäßige Untersuchungen beim Zahnarzt durchzuführen. Einige der vielen Symptome von Halskrebs sind Ohrenschmerzen, anhaltende Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Ein Knoten im Nacken, Mund und Rachen kann auch ein Zeichen sein. Behalten Sie die Symptome im Auge, auch wenn diese unbedeutend erscheinen, und wenn sie fortbestehen, suchen Sie einen Arzt auf. Wenn ein Knoten festgestellt wird, ist es wichtig, sofort zum Arzt zu gehen, um ihn untersuchen zu lassen. Um den Halskrebs zu untersuchen, müssen Röntgenaufnahmen sowie eine Laryngoskopie oder eine Endoskopie durchgeführt werden. Dies sind Tests, die es dem Arzt ermöglichen, den Hals, insbesondere den betroffenen Bereich, besser zu sehen. Es werden verschiedene Faktoren ins Spiel kommen, die dem Arzt helfen, die nächste Vorgehensweise zu bestimmen. Zwei der möglichen Optionen sind Bestrahlung oder Operation, jedoch ist auch eine Kombination von beiden möglich. Es ist wichtig, einen Arzt zu wählen, bei dem Sie sich wohlfühlen und der sich die Zeit nimmt, alle Fragen zu beantworten. Befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und halten Sie sich durch Selbsterziehung auf dem Laufenden, wenn Sie den Prozess durchlaufen. Kehlkopfkrebs, obwohl beängstigend und schwierig, scheint ein wenig weniger beängstigend zu sein, wenn jeder Schritt gut verstanden wird und ein gutes Ärzteteam und ein Unterstützungssystem zur Verfügung stehen.